okay streaming starten geht ab ich guck doch ein tablet an streams an ja hier schon gestoppt auf youtube ja die geht direkt los der kaum verzögerung ja achtet bei dir zeigt die fps an das habe ich eingestellt ging habe ich auch eingestellt mein ping okay ich lasse einfach mal laufen ruckelt zwar noch ein bisschen am anfang aber was der stream ruckelt wisst ihr ja die grad schwarz wochen ist jetzt schwarz aber doch das hat schon bauklau drin ein vorderlich mensch gestern hat es doch funktioniert muss man da etwa wieder bis rum schrauben das ist ein bisschen rum geschraubt ich muss mal kurz gucken als fiege schilder auf manor ist ja so glaube ich dass ich noch lol du bist gerade kaputt gegangen teile der drei kunze ich habe jetzt eine zone verpasst weil ich das einstellen musste achten 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 ich gehe mich verkaufen achten achten einfach achten alter meine fresse haa jetzt wurde gekillt jetzt wird es ja spannend das war wieder lack ich habe zweimal 18 zweimal und da hat immer noch 50 leben hat kotzt mich nicht an also ich kann jetzt kein stream erstorten glaube ich weiß jetzt kratzt es ja noch ab ja aber weil ich noch wollte auf tanks installieren und so ja meine ich dachte was nehme ich auf mich schießen stopp ich bin ganz was ist immer noch nicht das ist erst mal bei 10 gigabyte von 56 ach das schon weg befüllt ach so ich verstehe welche ich habe gedacht dass du das auf PS4 kaufen kannst du spielst du bist ne das war nur ein Film oder was das war ist ja ein Film schon ich ist doch ein Film ja das meine ja ich weiß schon das ist ein Film John Wick 1 John Wick 2 gibt es bis jetzt noch nur 2017 ist erst schon mit zwei rausgekommen die Runde geht schon nix los so schön noch eine halbe Stunde na hm das weiß ich den Böller zu dir noch mal ich hab noch welche mach es trau dich ich mach erstmal den Status dass alle bescheid wissen was denn geburtstag geburtstag screen bei geburtstag screen bei 2xc 13 da musst du mal stellst du immer noch was ein das es nicht mehr leckt wie ist das jetzt leckt das jetzt äh warte mal ich kann es grad nicht also warte mal ich weiß nicht es ist irgendwie so komisch dass es leckt nicht mehr so hart wie vorhin mhm aber so leicht manchmal hat es richtige richtig ruckler drin ja da stelle ich mal kurz dann noch was ein und letztes mal geht es aber so zu streamen das muss man sagen ja letztes ging es gut ja diesmal ist diesmal ist tatsächlich irgendwie wlan erschlechter habe ich schon gesehen das sehe ich an meinen ping bei 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 the forest das war nötig also fuck you ne lass mich ich möchte lieber aus dem Sturm lass mich ach von fuck fuck bist du gestorben? ja gleich guck rein hä so ein Typ hab ich geholt der stirbt noch wirklich? ja, macht er ich muss erst mal ne Runde zucken ich guck mal kurz wie das stream läuft ja, natürlich hat er ne alle Runde alle, äh, äh verlierst du nur noch ohne mich? ey, ich krieg voll auf die Schnauze nach merk ich ich geb dir den 60er Headshot nur und der gibt mir One-Shot hm das zweite Mal jetzt schon warte mal, was kann ich dir mal schreiben? noch 30 Minuten oder so, hä? noch 30 Minuten bei ja, aber da wissen sie es vielleicht nicht noch 30 Minuten bis mein Geburtstag ist Streambyte 2xd 13 irgendwie sowas kann ich den Link hier rein kopieren? ja, kannst du doch ich brauch den mal äh, brauchst du nur auf den Stream zu gehen? warte mal live du musst auf den Stream gehen dann teilen dann Link kopieren und dann da einfügen ach, ich brauch ne andere Farbe, Digga ach, ich brauch ne andere Farbe, Digga äh Lovestream hä, was, ich muss auf dein äh, YouTube du musst da drauf gehen warte mal warte mal äh, mein Gott, das YouTube wie das heutzutage lädt, ey 2xd, so ja, jetzt bin ich auf dem, auf dem Livestream drauf dann auf Teilen warte äh, Teilen, ja Link kopieren Link, ach, Link teilen kann man hier nur Link, was? ich kann Link kopieren Link teilen Link teilen Link teilen, ja und darunter stehen dann solche Sachen wie Link kopieren ja, wenn ich an dir schicken will dann stehts hier ja, du willst ja nicht an mich schicken du musst einfach auf den YouTube Stream gehen warte mal, ich schick dir das jetzt mal du kannst das gleich kopieren geht vielleicht doch einfacher, bevor du es nicht mehr findest ja, hier steht irgendwie nur Link ähm ich füge ne mal ein, einfügen hier wie kann man dir in einer Story teilen, was ist denn das so'n Trick ja, natürlich, ja du kannst dir alles gleich in einer Nachricht teilen ich hab's dir ja grad geschickt du musst nur auf den Link lange gedrückt halten ach, ich schicke jetzt einfach ein Status ich hab ein Status jetzt abgeschickt wenn man 2xd eingibt in YouTube kommt ja dein Kanal ja, ist tatsächlich so ein Link wurde gut aber ich glaub jetzt leckt's nicht mehr bei mir ich musste zwar ein bisschen mit mit der Bildrate runter gehen aber ich glaub's leckt nicht mehr ja moin moin warte mal, was? bei mir hehehe 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 man, du Judo Sören ist drinnen hehehe he, ach, was guck ich dir für ein Typ zu? Alter, der hat grad ein gewonnen hittet mit dem Jagdgewehr da ach, du bist bei mir drin mhm hallo 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 ich will den jetzt rein kann ich den Rhein holen Wodemar Jonas Kommandara Jonas Kommandar hallo hallo und weil es sich bei Jonas kommt Akle Wodemar kurz also halb halb bin ich da Wodemar ok hey wie was entschuldigen du kannst also wenn du auf mich klickst kannst du mich glaube ich anrufen und dann kannst du mir und Nussören beitreten äh Wieden 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 du musst mich anrufen wenn ich beim Sören drinne bin ok dann ruf ich dich an jetzt gleich warte ich komm mal kurz rein ich geh nochmal kurz zum Sören warte mal kurz der macht noch was ach so was gibt's naja der zockt noch schnell ne Runde der kommt gleich Entschuldigen mhm hallo moin Jonas zockt äh der Sören zockt noch schnell ne Runde und dann geht's ich kann man ich weiß nicht wie man hier beitritt ne kannst du ja mal ne Freundschaftsanfrage senden Freunde oh ich sollte vielleicht nicht mein nicht unbedingt mein Code hier zeigen nicht dass ich hier 50 Anrufe krieg ich kann man denn hier nicht wie hieß denn das Sören äh Sören oh warte mal kurz ich muss mal kurz sportsbild machen wie mach ich dir das jetzt hier am besten hallo hallo der Leon wird leider mit zocken ja ich mach mit irgendwie was mit discord jonas macht macht geburtstag stream hast du heute geburtstag ja also um 12 dann ja ach so alles klar ja ist jetzt das Sören bei Discord drin hä warum höre ich den wie alt wirst du den alt ich hab den doch stumm gescheitert hä ja kann man jonas und stone talk einladen oder wollen wir eine extra gruppe mal aufmachen mach ruhig da habe ich ein problem ich weiß nicht wie man jemanden einseht ich weiß nicht wie man jemanden einlädt ich mach das jonas wie heißt der name ist ein bisschen kompliziert der heißt unterstrich 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 ich kann gleich wieder zuhören zuhören wie heißt er auf das kopf warte mal ich glaube ich schickte einfach ein bild hallo ich schickte einfach ein bild glaube ich warte mal zu werden wie heißt er auf das kopf ich lade den ein das ist ein bisschen kommt hier sagt einfach an schreibt mir auf ich kann sagen hier ein kleines l unterstrich ja binde strich ja groß äh großer buchstabe der denkst du das ist ein kleines l das ist ein kleines l ja ach so also wie auf fortnite ja wie auf fortnite warte mal so leon hat gerade hat gerade eine nachricht geschickt äh link kopieren und ich glaube die kann ich jetzt an jonas senden ich glaube da kommt einfach rein ich brauche noch hier ähm dingens die nummer von dem nummer ach ja stimmt äh das war es noch gar nicht die nur hat das wort noch gar nicht der name das ist ein bisschen größer muss nochmal wo kann ich dir nochmal den seinen hashtag angucken ich schick dir jetzt ein bild ich habe keinen bock mehr der name ist so scheiße kompliziert mach mal damit die kursen mit den link für den geschickt ich habe den jetzt eingefügt also ich habe den jetzt den linker geschickt äh ich so ich schick ist immer ich weiß nicht warum ich immer den blitz anhabe also das kostet langsam an oben im jones jonas 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 was hast du das jetzt gekriegt hast du mal da drauf geklickt ja das ist irgendwie so ein riesengroßer Server dann gehst du da unten da gibt's Stone Talk Server beitreten erstmal oder ja Server beitreten Warte mal, Einladung abgelaufen Einladung abgelaufen Hashtag Boss Channel Ja macht schon der Server, der tut grad deinen Namen kopieren und so weiter Der macht doch grad Also es ist so kompliziert jemanden dich auf den Server zu bringen Soren, ich weiß jetzt nicht den Hashtag, frag mal ne Jonas Ja Jonas Ähm, warte mal Ja, Hashtag 3, 8, 9 Oh Junge, wieso hat die gestimmt? Pass auf, ich schieb dir jetzt mal ne Freundschaftsanfrage Ich muss deine Jonas noch einladen, irgendwie geht das schon wieder nicht Ach, tschuld Ach, tschuld Ohne, ich komm gleich wieder, tschuld Ich komm gleich wieder, tschuld Jonas? Ja? Ähm, bei der Zocker, also wie heißen du da, bist du, dass du je, äh, Striche dort, davor Was ist das, was ist das? Kleines L Kleines L Ja, da geht so irgendwie wenig L unterstrich, bindestrich Oh, 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 ich krieg dich auf, ich krieg dich auf das Stone Lounge Ich hab's geschafft Ey, musst du jetzt hier drauf gehen, so Geh mal da drauf, ja Ich bin drauf, irgendwie Du bist drauf, ja Und jetzt, jetzt gehst du, äh, dort, dort, wo wir schon sind Ja, da wo, äh, Bosps und Schrönen sind, da drüber auf Stone Talk Ey Naja, das ist auch noch nicht Tschuld Ich geh mal kurz, ich geh mal kurz mit Du bist auf Voice Channels und dann klickst du drauf auf Voice Channels Der schreit Tschuld Oh, komm, jetzt gehst du Oh, warte mal Ich pass Channels Nein, der andere Leute, wir gehen einfach alle runter, okay? Ok Oh, moin Hallo er hat er wird er nie durch den abonnen gehen weil das fackt ab ich kann mich ja stimmstalten ich hab nur schon studiert ahaha ich bin gleich rüber ich bin gleich rüber wie er hier mit seinen Depp abfackt eine Runde erstmal ich kann nicht mehr Deppen wir haben sie die Macht drum zu Deppen warte mal wie kann man sich die stimmen der hat heute zum ersten Mal Discord entdeckt seit nachsichtig sieh wir haben sie sieh 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 fach fach ich geh zum zocker da ist alles gut er sucht die wieder mit geht's nicht so gut ich hasse diese Scheiße nein ich hab keine Waffe ich hab grad das mein Sturmgewehr gefunden dann war ich schon tot fach ich muss euch alle erstmal lauter stellen ich hab hier keinen ich hab hier keinen hier ist einer train kann man mit hier ist einer train oh es leckt grad bei mir grad FPS Einbrüche he jetzt als ob du das ne checks Junge hättest du mal getappt dann, du hast ja ausgewiesen ja, hättest du mal getappt beim Uhrenturm übrigens hier drin war einer oh, der baut glaub ich grad den Baum an ach komm, ich kann gleich liegen bleiben tschüss glaub das musste gleich gar nicht hat er sich mit nem Sturmgewehr gekillt Junge, ich kann schon hier drin nichts drauf drücken schon wieder schon wieder die Mauskalibrierung oder das WTF 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 Zockst du dann ein bisschen mit WTF 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 Todos M zock WTF ch dot ja er braucht hat jemanden anders der euch jetzt wurde zwar nicht da ist also ich in der in der runde hatte ich gerade das erste mal das kommt die sind so oft ich kriegte nur das geht schon irgendwie also die macht da war das noch jemand noch jemand drinnen da ist ich weiß es nicht die standen einfach da ich habe geben ich habe die abgold war ein stand irgendwie jeder irgendwann so hier da und wusste überhaupt nicht was abgeht jetzt was ich überhaupt nicht versteht ja in der stand hier und ich immer immer hoch ja genau dort wurden du jetzt stehst direkt ins face geschossen und zwar 73 ich habe das achte nach dem fall finde ich nicht gut da heilig ist was ist das für ne Aussage? der alte Knacker oh mein Gott da ist ein Lama genau auf der Wiese und ich hab's nicht gecheckt vor allem ich versteh's halt nicht mehr du leise seid ich hör euch nur lachen schauern nein ich muss mich grad richtig zusammenreißen, damit ich nicht lach wegen den Lama Lami weg mit dir ich werf mal genau auf mich drauf, da flieg ich hübsch hoch warte einfach sich hier scheiß schuhe kostet einfach mal 300 Euro nimm mal bitte was bisschen strom gewärmen und nie werdet ne bitter abkämen ne gar nicht ne jetzt geht's aber mal ins Bett ich hab 32 ja wow ich hab 100 300 wow okay wenn du die öffnest, kriegst du sie nicht das Loch das Loch muckt auf uah pech du wolltest ja nicht haben du hast die Kesse geöffnet und damit hat sich's ja lebe komm mal her du kriegst ein Schild dran hofer war egal, hauptsache zocken freust dich schon auf dein Geburtstag das was er macht es wird gezockt du machst du immer live streams weiß ich nicht instagram hier unten was ach ja stimmt ich hab's hier junger warum kann ich nicht bearbeiten ach es ist soweit im drinnen raus Fortnite ist nicht raus glaube ich ne im Sommer ach ja hier steht ja hey Julien hm wo stream sie du weiß ich nicht diesen Sommer Fortnite N wollte sehen werden nachher hast du das etwa du hast es bestimmt auf Insta gelesen oder kann das sein jetzt habe ich auch Insta gelesen ach ja bestimmt geht der auch im Spiel ne ja das weiß ich nicht wo ich stream so ihr Moves ich kill euch jetzt alle mit 32 Sturmgewehr Munition was mit 32 da trinke ich noch jetzt habe ich einen 30 jetzt habe ich einen 30 hast du denn nicht ich kann zu Gold mehr haben 30 mach ich jetzt so lange bis ich null hab und dann sind dran schweiß ok ich spüre Oma bisschen mit 300 315 wer war das wer war das los stopp stopp 372 gut macht 370 also 109 106 wort wort das hören kann ja nämlich nicht es ist eh nur eins war wirklich noch eins ne 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 ja 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 ich wollte grad Willst du ja nicht holen? Nö. Danke. Scheiße. Da fehlt ein Schuss. Da reichen die 30. Rühlen, komm mal kurz her. Nö. Uff. Nies. Doch, komm mal her. Ey, bleib mal stehen. Ey, das machst du nicht bei mir. Tschüss. Ey, du warst doch schon drin, hör. Rühlen, bleib mal kurz stehen. One moment, please. Das ist stark. Rühlen, komm mal kurz her. Ne, nicht du. Ich ne, ich hab schon genug. Komm mal her. Rühlen, komm mal. Das ist eh eins. Ja, war ein echt eins. 26. Das war 26. Das war 26. Das war 26. Das war 26. Ich hab's doch genommen. Ja, das war noch mehr. Ich hab' noch mehr verschließen, dass ich dann 0 hab. Ich hab' jetzt nur noch 81 Muni von 106. Und mir war'n die ganze Zeit eingesniped. Aber naja. Ah. Close. Das war's. Das war's. Das war's. 1 12. 2 Versflösset Rühlen, ich komme. schön die bunnies liegen hier unten liegt noch eine blaue und noch eine score man nennt mich auch den der entfänger guck mal doppel score guck mal hey wo ist meine score ach du hast die warte fast leer schießen sohn du kannst es haben tut mir leid du kriegst die letzten der reformers ok neue achtung leute ist wohl nicht ich ich sag keinen namen trock geworfen ach du hast es so ist so ist es das ist noch jemand das ist noch jemand ja ich helfe den krass also der pusht ich habe 20 leben oh zwei leute geile runde echt geil neuner die neuner ne das ist schon geiler die ziren gönn sich n chak chak die dies auch doch und ich glaube ganz fest an dich weinheit unterstützung von berg so zur kobe brauchen wir brauchen rettung eigentlich war eigentlich war ja ich da der kam es jetzt kommt ihr bei heraus aus der lobby bei mir ist es ja schon lange gestorben mit mir als carry bringt nichts aber mit hier als carry also warum mache ich den neuen weiß ich nicht wir haben das ja mal skizziert noch weiß das noch was warum man neuner hübs macht haben wir mal skizziert ja worum macht man die die warte mal ich schicke ein bild das bild war so geil habe ich das noch ich glaube nicht schickst du ja ich schick's gerne noch mit denen lasst zählt es gehen ja bestimmt ich habe gerade eine 190 grad drehungen wieder drucker zu drucker zu drucker zu drucker zu ja nicht wiederholen aber drucker zu 3d was ist denn das hier warum wir keine pump hier liegt eine pump ach so deswegen hast du nicht gewusst ja leider habe ich es nicht gewusst schon ein bisschen scheiße noch nein kommt zu mir schnell wir bestatten ihn beim morgengrauen das ist jetzt mit dem zocker weiß ich nicht ich glaube der zieht sich wieder um als ob du den kein headshot gibt wenn der gerade steht so schön schlicht also hier sind gerade worte nicht ich habe so was haben wir denn hier zu feiern ist die kürzer er hat man gut checken ich bin das ding noch dabei mit zwei teams vor allem ist krass gerade Schönen gehen wir dort rüber, ja. Ich hab gedacht, das sind zwei Teams. Ja, gehen wir dort rüber. Da hat jemand Granatwerfer auf, Max Ray. Du bist ja gewehr und schießt denn da schon grad da, du bist doch wohl. Wo denn? Ja. Schon ein bisschen brutal. Ich hab keine Muni mehr, tschüss. Der guckt so ganz kurz hoch und gibt den Helfer. Helfer? Nicht. Nicht? Nein. Sniper Schuss. Ganz normal. Ich dachte, das wäre ein Werkgewehr. Hä? Wenn es ein Helfer wäre, dann wäre es so 116. Nein, jetzt spiele ich mit einem Sürchen. Das macht Spaß. Ey! Stopp! Joa. Tür zu. Wie er einfach nicht lohnen kann. Oh, Juli, mach doch jetzt mal was. Nee, ich gewinn es hier noch. Alter. Durch Camping. Leontur. Ja. Wer weiß, dass ich das gewinne. Alter, geh jetzt doch zu dem rechten Typ. Mach doch mal was, du Muschi. Nee, hol er. Da kommt einer. Nicht dort. Oh. Was machst du? Alter, was machst du? Alter, was machst du? Der ist doch da unten. Fuck. Der war erst oben. Nimm die Pamp. Wo ist die? Oh, Alter. Alter. Kriegst du nicht? Nein! Nein! Mit Bauen hast du es nicht. Oder mit Kriechen. Ey, der hat sieben Küsse. Wart sie auch zwei. Wow. Hut ab, tschuldigung. Hut ab. Wo ist denn jetzt der Typ, Alter? Weiß ich nicht. Ich hab grad. Spitzende. Sein Geburtstag. Und dann taul. Oh, ist wirklich. Ist hier wirklich schön. Ach, Julian mach dich jetzt aus dem Scheißspiel. So ist jetzt. Er holst dich jetzt in Runder. Oh, Julian sein Skill. Oh, fertig. Neuer Gegenstand schon? Ach, nee. Und zwei immer. Warum und zwei, Alter? Ey, was macht denn der, Alter? Schreib mir doch mal an. Oder ruf mal an. Ich hab dich grad in der Ahnung, Alter. Der wächst sich grad auf deine Bilder. Der sitzt grad bestimmt auf dem Klo, ey. Guck dir grad beim Zocken zu, den wächst sich an. Wenn du so schlecht bist. Der steht auf schlechte Sachen. Oh, mein Fortnite hat sich gebrochen. Cool. Warum läufst du denn weiter? Ja, warum läufst du weiter? Mein Fortnite hat sich geschlossen. Oh, nee. Du bist nicht. Oh, nee. Ich hol wieder fünf Leute weg. Also, ich mein, ich hab mehr Kills als ihr. Ich hatte zwei. Scheiße. Wer als Boss Bräuber. Ist überhaupt da süß? Ja, so Leon. Doch. Nein. Doch. Nee. Das Röhnen ist geliebt. Hat keinen Bock mehr. Auf dich. Fehl Glück, Kameraden. Fehl. Was ist das Glück? Irgendwas, Alter. Ey, das ist der geliebt. Aber warum denn wohl? Ach, ich weiß, glaub ich, wo. Ich weiß, glaub ich auch. Also, nach Scheißembruch, das Joel. Jawohl. So ist es. So sei es. Ja, so ist es. Boah, ich kann direkt wie lange ein Sniper. Hallo. Stop. Flock mich nicht. Ich bin wieder durch. Lauf mich wieder runter. Oh, Junge. Ends hätten sie mich doch durchgelassen. Geil. Was ist denn jetzt mit dem Zocker? Der sitzt auf dem Klo. Der presst grad ne Wurst raus. Seit 20 Minuten. Das find ich einfach nicht gut, Sorin. Ja, das hat man heut' gesehen. FC Bayern verliert gegen Frankfurt. Das darf doch kaum nicht sein. Na ja, solange Bayern noch gegen Dortmund gewinnen, ist alles gut. Hör mal auf mit dem Scheiß. Hör mal beide auf mit dem Scheiß. Ich mach doch gar nichts. Nicht du. Das wär auch nun der Typ hier. Damit du sieger. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Lass die denn gehen. Woll mal. Nö. Lass mal das die gehen. So, so hört sich das doch bestimmt besser an, oder? Oh, oh. Ja, ah, ah. Oh, oh. Dami tu cosita, ha, 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 ha. Okay. Gib mein voice changer, oder hab ich den raus? Ich hab, wie er sich rausgesprungen bin. hatte ich habe ich jetzt ja ist ja nicht komm nicht so weit bin abgestürzt selber zu schwer das war meine einzigste waffe gewesen das erklärt einiges warum dann ist vorlag zum beispiel spiel nur so glaube ich ich nehme ich sehr schön weg mit dem ruckstack sieht schwul aus das sind Da sind die hier gegen noch Oh, das ist ja auch der denn Ah, Hilfe! F***! was macht denn der der feiert grad oder hast du mir gerade zugeguckt das war aber genau so impressive also post bräule warum höre ich mich bei dir doppelt weil du zu leise bist ich habe mich doppelt das scheiße ja weil ich das so eingestellt habe dass du genau du dich doppelt aus ich dachte ich steppe einen falsch an ist das jetzt an das ist das für eine scheiße hier so ich mal in dich rein rennen ja mach mal das sind die pp pp damit sie auch gute zocker hat sich in youtube sieht er auf dem blöde blau oh leu ich leb ja wieder ich lasse mich nicht also ich höre ich mich an okay und jetzt okay und jetzt okay normal jetzt alles normal und jetzt normal und jetzt normal aber jetzt aber jetzt nicht das war ich mich halt auch gerade bei mir funktioniert zwar nicht hallo ich weiß echt nicht warum das nicht funktioniert hallo ja immer noch mal du geh mal raus ich untersuchen müssen bereit wer ist da hallo hallo bei dir funktioniert es wohl doch hallo hallo also bei dem Sören funktioniert es bei mir nicht oder was hallo 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 ist beim Sören einfach funktioniert es bei uns nicht hallo 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 Hallo. Hallo? Das ist ja auch normal. Ich kriegs nicht. Hä funktioniert das jetzt beim YOTO nicht? Hallo? Jetzt gehts. Hallo? Hallo? Ne. Prozent Prozent alle Prozent Prozent mit Kussi sie die was macht der Jonas auf dem Klo er wächst sich ein mit dem Mann wo es gleich nach der Runde gleich wird er nicht machen von Loll wir fliegen ja in der Nähe auf dem Boden hier hier aber ich bin jetzt muss sie Prozent Prozent hören sie mal alleine ja 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 was jetzt die auto ja gegner Wo? Dort wo du langläufst? Brau dich mal aufs Dach, ganz schnell. Da liegt ne Pump drin ey. Ist egal, komm, komm los. Oh ja, ich... Ich höre es. What? Ich bin nicht entspannend. Sören, was für ein Programm hast du? Nee. Prozesse. Cloudflash oder so. Oh, bei mir gehts da grad nicht. Ja, was drückst du da? 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 Wenn du drückst, ist es da halt so grau oder blau? Also wenn es funktioniert. Ist es so grau oder orange? Orange glaube ich. Hallo. Es geht. Es geht nicht. Doch. Na klar, ich höre es doch. Nein. So, hier ist noch ein Chuck Chuck. Ich hab auch einen. Oh fuck. Oh, sie hätten es. Nein. Nein, boah. Ich bin jetzt erstmal Chuck Chuck. Leon, kommst du? Von dir? Oder ein Hot Up. Ach, hier bist du. Hit. Der Hot Up. Ab 1. Ich hatte nur zwei Schuss, hab mit zwei Leben überlebt und hab ihn gekühlt. Pass auf Junge, du bist so ein Assi. Hey, ich wollte dich retten. Ich muss mit hier hoch jetzt bitte. So, mach ich. Gönnt euch mal mein Leben. Warte, guckt. Gönnt euch mal mein Leben. Jetzt, schnell, 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 schnell. Hm, ich seh dein Leben. Ach so, das wurde tot. Du, was gab's denn hier so? Ach. 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 So, ist Rehn. Du vs. Squad. Hm. ich mache den schaden du schaubst ab wir können ja meine gucken wir am meisten schaden gemacht hat hallo es geht nicht keine ahnung ich habe gerade ganz Zeit an der Bus geht nicht also worum weiß ich nicht und warum weiß ich auch nicht hallo jetzt gehst du doch das ist Sören wieso hast denn du nur Kills komm raus komm raus muss ich dich auch noch retten kommen hier komm 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 ein destroy was貼ro te hallo jetzt geht es jetzt suchen wir müssen wir ganz schnell tun irgendwie das war mit einem einkaufswagen form also heizt maul also sorgen dass ich so sehr karin muss dass du null kills hast und ich schützt die verpackt ich glaube du bist gerade noch nicht am explodiert oder nicht nur eine stuhlknaschen hallo guten tag geht es ja der geht geht doch geht das wird nur scheiße so rum geht es ja es geht ok wie krieg ich das jetzt oh minis minis ist der boss bräule wieder weg nee so nicht ok ja und alles gut ja was ist hier mit dem julien der sagt irgendwie nisch die ganze zeit ich weiß es auch nicht ich weiß es auch nicht zu hören willst du minis ich gebe dir zwei hast du das gehört zu hören hast du gefurzt ja jörgen geh mal auf deinen kläuntisch jetzt geht es echt ne wirklich ne 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 Was hast du gemacht? Wie hast du es gemacht? Wie hast du es gemacht? Grün bleibt mal gut! Was hast du gemacht? Auf was? Boah, aber die Schnauze, also. was ist denn nicht so abfacken hast du gestummt Dein Motor wird gestummt. Also du nervst. Guck der geht so. 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 Okay erstmal stumm. Entschuldigung. Junge wie konnte denn die Granate treffen. Kann mir das mal bitte jemand sagen. Also ich rufe dir erstmal mit Jonas an. Wenn der auf dem Klo sitzt hier. Smokey everyday. Smokey everyday. Smokey everyday. Smokey everyday. Smokey everyday. Smokey Iike play. You suck. You guys suck. You suck. Smokey everyday. Smokey everyday. Ha ha ha. Ha ha ha... Was hast du gemacht, das funktioniert hat? Hallo? Nee Alter! Geht es? Nee Hallo? Nee Geil Geht es? Geht es Da Geht es? Jääh Der Smoky 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 Alter, ich hab Jonas angerufen, geht niemand ran Hi Ah, JETZT Jonas Jonas Oh, ich kann wieder dappen Nix Wow, geil 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 Kann, kann wieder dappen Cool, du dapp Ja 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 Ja, warte Komm rein, jetzt wird's bei dir funktionieren Es funktioniert wirklich nicht Scheiße Alter, ich kotzklai So ne Kacke hier Halt dein Maul Fresse, du Noob Ich hab schon gezockt, da hast du dir noch in die Hose geschissen Ich hab mir schon in die Hose geschissen, da hast du gezockt Ja Alles Gute zum Geburtstag, du Held Danke, Digga Nö So, alles Gute Alles Gute Oh Mann, wieso geht das bei euch Fuck Warte, ich hab ein Geschenk für sich leise Der war gut, he? Der war gut Der war gut Mach mal den schwulen Rucksack weg, alter Ihr seid doch alle so bescheuert Mach mal ready Mach mal ready, ja ja Ich bin ready Ich bin bereit Ich bin bereit Ich machலat Ich bin bereit Wieso steht dich nicht Soören? Sei leise Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Hat man nicht gehört Ich bin bereit ja ja scheißnuch was entschuldigen du bist ein scheißnuch hast anscheinend schon die 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 warte hässliche bug jetzt weißt 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 ja entschuldigen kriegst du mal durchfall ja feierst du mich immer noch leon ein bisschen ein bisschen du bist du nicht drauf ein der feiert jeden weiß ich schon hab ich mir schon fast gedacht ich meine wenn man mich feiert muss man auch wenig selbstachtung haben so holt mir jemand mit c4 weg so und nicht anders alter wie krass bist du geil echt gut echt schlack war wieder gut durchgelackt ja das war skill du ein skill wie die fünf kills von warte mal ich musste mal kurz hier was machen nein ich will nicht finishen ich ich muss erst raus suchen jetzt gestorben geht mir nur gestorben also es hat ja kein alter was ist denn das was haben die vielleicht nicht so gut ja 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 der hat mir Spaß gebraut oh 3 HP Alter Alter, wie ist denn im Bauten der? So Jonas, jetzt carry uns mehr. Was soll ich denn machen? Gut spielen. Warte, warte, ich hab noch ein Geschenk für dich. Hätt ich doch als solche Geschenke, die sind ja groß. Jetzt reicht's. Bist wohl nicht zufrieden mit dem Geschenk. Denn noch ein besseres wird schwer. Ich kanns besser. Aber jetzt nicht, das muss vorkochen. Das muss vorklühen. Das ist ne Explosion. Jonas Anführer? Jonas Anführer, ja. Ich geh ganz vorne irgendwo hin. Der Forz muss vorgekocht werden. Der Forz muss forzen. Der Forz muss forzen. Der Forz muss forzen. Der Forz muss raus. Der Forz muss forzen. Der Forz muss forzen. Was hast du gefunden? Also fick rein, chuck, fick chuck. Gold noch big chuck. Nur die Noobs, ne? Gib mir mal, bitte. Nö, habs uns keine andere Waffe. Fick dich. Fick dich einfach. jetzt kannst du mir deine big shark geben die beste frage ist halt warum sollte ich dir die geben weil du cool sein willst müh zu spät mensch zocker ich dachte dass ich dachte eigentlich hoch wir waren angeschossen du wirst angeschaut ich lecker die mutter wird gelegt also das ist doch fast dauernd jonas jonas wien hast du gerade zugeguckt ich war schon mit sie was soll ein war ich helft mir erfotzen ich bin langsam wo also was ging hier ab an den zocker habe ich schon gut gemacht ich habe heute schon ein bienchen gekriegt so ist ja auch ein gauner sochen banause einfach so aus nichts was wollten ihr verpisst euch war nur also lasst uns lasst uns spannen junge versuchen hatte ich ja mal gespannt beim nächsten ja sowas Alter, ich finde den Kleider hässlich. Ich finde ihn mega geil, weil das sind zwei Leona, ich komm mal mit. Der Socker, kann ich dir helfen? Fuck, Alter, fuck, Mann. Das wär'n Double Kill, du. Fuck, Alter, fuck. Super, so, it's bad. Wow, ich hab' viel Waffen. Ich hab' nicht mehr Waffen. Wem, sie liegen da raufen? Ohne Witz. Ich guck dir zu, wie du jetzt hier absturbst. Dreh dich mal nicht so, guck auf welche kommen. Jo, was hast du denn für eine Spitzhacke? Oh. Hey, wie machst'n du das? Oh. 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 Okay. Oh, du bist krass. was hat er den für mitgegeben hey du bist richtig weg ist die mit usk aber du kennst es ja tschau bis morgen nein nein tschüss nein tschau leute es geht einfach nicht so weiter so schlecht wie du gerade hier spielst wer denn den meinst du denn grün sag doch was es liegt am zock oder spielt einfach schlecht wo ist der wieder so gut und schulieren besser meine falle ist ja was ich immer hoch immer hoch das gehe hoch wo ist der wo ist der dort ist eine falle irgendwo oder noch eine etage höher da ist eine falle und dort ist irgendwo ein camper alter lauf einfach schnell durch die krasse die krasse ich habe kein ich habe mir mal deine raketen ne gibts nicht jonas ah warte mal ne ah tschau ne jonen kommst du morgen hier statt zu das ist ja auch um den gucken du gerade zu nicht den haben ein problem ich weiß nicht wer da nur bis der das wird der so dumm fragt ich habe keine materialien mehr wie viel haben die davon ok material mehr also meine hp an zu hören bitte machen Jonas sind worden das alle bei dir wir carry'n noch wir werden die noobs carry'n der noob hast du mal rocket money da habe ich eins jetzt ein rocket launch für uns sonst ist wir die markt ein verfickter loot geier man nennt mich auch den schild was für getrankt meine die 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 1 h wenig ich jemand anderes n viel spaß heute abend noch auch mann ja hier um so hallo hallo die bims und jetzt laut schalten hallo Nein, 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 nein. Hallo. Warte mal. Abspielen? Hä? Ich komm gleich. Warum steht da abspielen? Hä? Scheiße. Also, L30, ich hab's mal probiert, ein bisschen höher zu stellen. Kommst du morgen vorbei, hauen wir uns Stream an, zocken wir zusammen. Hä? Man wird dich zwar nicht hören oder vielleicht doppelt, ist aber scheißegal. Junge, Mist, Stream. Wende mich, wende dich neben mich auf den Stuhl setzt, Mist, Stream. Hi. Hallo. Ich mach grad eine Anzeige hier. Digga, es leckt. Hallo, erst mal. Weckt ja wirklich. Hm, mischt. Warte mal. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. No, 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 no. Heute. Hm. Äh. Oh. Nicht. Boah. Wo gehen wir? Tötet. Ich bin nicht dafür. Okay, jetzt darf's laufen, Loi. Ich glaube, ich hab's hingekriegt. Ich glaube, jetzt läuft's wieder. Ja, war das leid. Das ist aber eigentlich so ganz dicht, das ist manchmal einfach so leck. Okay. Okay. Ich bin nicht immerksam. Ich war die Erkräfteisch equation. Ich war die klimane Zache suivn. Man bringt ihn, wir schreiten. すごい. Und dann bracht es, die nachher�staffe. Strecklich. Jonas hat ja heute Alistair aber World of Tanks 65 GB 56 wo ist denn der hin hast du ihn geholt? bis wehen wen dann sieht hat er jemand mein Schild geklaut ist nicht bei mir ich habe aber eine Waffe so wichtig ist nur nicht umgewerbt im Haus so hier das wird sich irgendwie nicht ich habe schon den end ach komm ich ich brauche doch aus irgendeinem Grundkreis gar nichts mehr zu machen sind doch sinnlos hier kommt noch welcher oh auf dem Fenster aus zwei Leute beim Fenster draußen also das sind ja 118 und der was das sind 5 Leute was ist denn das? ich baue mich hoch da ist schon wieder der nächste da stehen zwei Leute vor dem Fenster ich gehe raus baue mich hoch und da steht einfach wieder der nächste das ist 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 bei mir war es kein Noeskin bei mir war es ein John Wick ich werde nur von amigas oder schon weg geholt oder von solchen sporten leuten das sind ich sag mal alles oder nimmt jemand gefährlichen Koss auf mein Haus das ist also es leckt wo ist der der Mate ist auch irgendwo in dem Haus ich hab nichts zum bauen ich hab eine Treppe die sind einfach zu sammeln tatsächlich auf dem Schild das war auf dem Dach gehen ja ich weiß dass da jemand ist alles gut hier im Haus im Nebenhaus ich hab noch nicht mal ich hab nicht mal eine Paukasse der Kollege ist auf dem Dach der ist gut der ist gut ich konnte nichts machen da hat ich gewollt damit du kursi da bisschen die den one hit überblenden damit du kursi da hat neulett schätze L30 endlich hatte vor uns was gesagt morgen kommst du vorbei das weiß ich die Götter Lektor nicht sache ich dir Kategorie die hochprofessionelle ich das eingestellt hat noch siehst du gerade meine Einstellungen abstand also die Hundertachter hat jonas musste mir mal versprechen irgendwann treffen wir uns und gucken wir uns schon weg zusammen an ich bin so die 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 kommt zu mir bitte ist jemand bei dir mehr auch kannst du schon jetzt auf den Schild haben und ich habe schon gesucht was ist denn die Artenrenntorte? Schön! Es sieht gerade aus. Ja? Ein Minimo? Ist einmal drin. Jetzt habe ich aber schon gesuchtet. Jetzt ist er wieder auf dem Dach. also steckt einfach kann man im stream sehen bei mir hat es übel geleckt ich habe keine Bock auf die Scheiße andere spiel so wie man es im stream sieht so als bei mir geleckt Leute das ist echt ne wundersaft Vorsache ich habe bald und mein stream hat muss gesehen bei mir hat es geleckt was 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 50 50 1 und du wirst das Team ein der treuern nicht so die 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 geil einfach nur geil einfach nur geil fuhr stark ja ich habe gedacht wir fliegen hier hin es wäre sogar noch ein kürzerer Weg gewesen Schatze ich bin schon so hoch ne oh ne da ist ja noch mein Haus oh I feel ich mach unten rein ey das ist ein Joel Wick ich hab grad gedacht es wäre ein schwarzer Ripper ich hab'n Revolver ich komm Aklai oder das mal Revolver-Rasur was hab ich denn in unserem Grund an dass ich solche Ruckkauk krieg what? let this go ich höre es ich höre es komm, schau dir was go nein hat sie eingeport oh der hat damage von mir gefällt also der try hooded jo ich krieg noch von jemanden anders aufs Maul ach ne ach ne er ist bei dem Hose jetzt kommen wir jetzt kommen wir jetzt kommt jemand oh der hat mich gesehen oh ne jetzt kommt's weht schon weg fuck aber ein das ist wir müssen den schon weg abstauben der hat der ist übel slow ja ich hab' nur zwei Pumpkarten ich hab' nur zwei Pumpkarten komm mal her entschuldigung yo gib mir einfach ins zu nen Hit ich pack' übes rum grad ich pack' zu rum komm schon komm schon komm schon jetzt das ist wohl schon gekommen 4 4 4 4 was machst du es lebt da war über mir man so ne kacke junge 1 1 Sekunden 6 HP was ja er freut er sich ja würd ich auch machen ich hab den 4er hin gegeben des das macht sie ich hab ich sag's rasich Boah, Junge, ich muss mal fissen. Mach schon mal bereit. Okay, ich muss mal bereit sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Trimax, come up! Trimax, come up! Was nochmal Glück gehabt? Trimax! Trimax, come up! Also da fliegen 5 Leute hin! 50. Trimax! Trimax! Trimax, come up! Discurs Mainz, come up! Ich hab keiner einzig oder auf hab' Keiner einzig oder auf hab' Keiner einzig war für den Raun Nein! So schuss und so daimend Boah Hey Junge, der one-hitted, ne? Entschuldigen, ich hab echt keinen Bock mehr auf den Scheiß Ja, alles auf den Server schieben, das war vorhin bei dir im Solo genauso, ne? Nein! Nein, dreimal bin ich nicht instant gestorben, nein! Boah, nicht so! Ich hab' keine Waffe, ne? Ich hab' keine Waffe, ne? Ich würde nur gefightet, mir aber scheißegal War aber grad noch nicht weg, ne? Ich hab' nichts mehr zum Bauen, tschüss! Ich hab' nichts mehr zum Bauen, tschüss! Ich hab' nichts mehr zum Bauen, tschüss! Flieg' einfach mal von oben in so'n Ding rein oder in so'n, in so'n Klo von oben Bau' oben ab und fall' da rein Geh' hier rein, ja, mach' zu! Genau hinten reinfallen! In der Ecke, ja! Ja! Jetzt bau' über dir zu doch Ja, ich wess' nicht, ob das... Ja, gut, okay! Und die Waffe sehen die, glaub' ich, oder? Ja! Meine Minigun! Das ist in der Zone sogar! Die laufen erst durch die Falle, bevor die reingehen Guck' dir den Kopf raus, ne? Ne! Also bitte beim Scheißen guck' nie meinen Kopf raus! Ne, die Waffe guckt raus, so muss ich machen! Schieß' mal auf den Boden! Ne, ne, jetzt kommt's auch! Jetzt kommt's auch! Meine Waffe guckt raus! Ja, Waffe wird... Ja, so dürft' sie nicht rausgucken! Ach, da hast du Tür aufgelöst! Ja, ich hab' da eine Falle vorplatziert! Schieß' mal auf'n Boden! Da geht doch meine Toilette kaputt! Ne, nicht dagegen! Ne, nicht dagegen! Hey, wo ist denn da hinten? Und jetzt! Ich muss hier raus! Lass mich raus! Komm' ich da wieder rein? Nö! Auf dem Waschbecken drauf! Auf dem Waschbecken drauf! Auf dem Waschbecken drauf! Nein! Wartet einfach, Alter! Der Typ wartet einfach da! Jo, der wackelt! Wie einfach jeder Camper vom jeweils anderen getötet wird! Oh! Da läuft der da die Falle! Ich muss raus! Ich hab' drauf geworfen, dass ich wieder in meinen Camper versteckt gehe! Scheiße! Die waren mit Discord oder so! Ich stell' dir mal vor, das machen zwei, die sich nicht kennen! Und der eine läuft so in die Falle und wird dann von mir gekühlt! Lief einfach und der andere weiß überhaupt nicht, was abgeht! Und dann macht er genau das gleiche und dann zerfick ich den auch! Ey, das Klo ist jetzt Stammplatz, Alter! Stammtisch! Gehst du ins Nebenklo? Guck mal, was jetzt zum Schock kommt! Ich geh' ins Klo! Du hast mir jetzt einen Stamm, hast du mir jetzt einen Stammplatz gemacht! Da war es echt angenehm, eine Wurst zu legen! Oh ne! Unter dir ist jemand doch! Hier ist grad jemand rein! Da ist er! Oh! Ich hab' keine Muni mehr! What are you doing? Ich hab' keine Muni! Ich hab' nur los! Und er endet, er hat 7-HP meine. Meinen hat 7-HP! Oh! Den Typ, den ich die ganze Zeit angeschossen hab. Na, der hatte 7-HP! junge ich weiß nicht warum ist so eine halb nackt auf instagram schreibt schreibt genau das hatten sie geschrieben die will mir schreiben ich habe sich hier ist auch worden kann es ja irgendwie blockieren die kostet 2 d die ich auch Schuss wir machen dann noch mal wie du es gehen du es gehen ich mach grad einfach jemanden stream free new skin meint er jetzt den der jetzt der heute im shop kommt oder was ich möchte mal was zeigen dann dann in free skin also was denn ich weiß nicht wohin fliegen ich war heute im Playstore und da zeigts doch immer so an, beliebte Spiele und so, da stand der Fortnite und da war's so gut für so einen neuen Skin, das kann ja gewesen sein kennst doch diese Plastic Plus-Skin, den blauen Mittelblauen nutzen und davon kommt wahrscheinlich noch ein Runde raus ich mach dann mal ein Foto ich hab halt kein Playstore ich hab Xbox Gold, aber ich krieg kein, ich hab keine Skin aber, ähm, es gibt PC-Spieler, die den Skin haben auch, ne? ja, weil die eine PS4 haben oder weil die sich mal mit 4 PS4 gekoppelt haben wo du kannst, könnten wir auch machen, theoretisch keine Ahnung keine Ahnung naja, so besonders ist der jetzt auch nicht Hände weg von meinem Puls Hände weg von meinem Puls guck mal guck mal ich geh auf mein Klo tschüss sind hier welche gelandet ich geh auf mein Klo, lass mich nein, ich hab mein Klo kaputt gehauen ja, zum Glück gibt's noch ein zweites oh, ich bin wohl nur geflogen niemand geht in mein Klo ok ok ach, dunkel, Leute, jetzt seht ihr erstmal so, was ich immer auf ne Toilette mach das mach ich immer auf dem Klo, immer auf der Klobrille steh ich da komm mal mitschul und wisst ihr, was ich auch immer auf dem Klo mach? krass, du siehst nicht ich lass es regnen ich lass es gerne mal regnen ich lass es gerne mal regnen auf dem Klo lass ich es immer regnen lass mal noch looten ich muss hier raus tschüss holf mich hier raus ne, der kleine Junge der an dem Bus sitzt und ich und der Busfahrer macht nicht aus ich muss hier raus los digitale Kinderermordung Fortnite ist digitale Kinderermordung Technik und die und die schon ein kind erfolgreich eliminiert stelle dir mal vor die leute die elf kinder töten es ist einfach so ein krankes tötungs szenario ich weiß nicht wie man das zocken kann es ist so krank nicht cod sowas nicht fortnight fortnight ist die komplette kindertötung die das man nicht cod nicht GTA fortnight das komplette Killerspiel also ich hab hier der kommt morgen vorbei noch m 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 und m m m m m m m r m m m geht schon mal wieder ins bauduell also ich hab grad schon wieder ich habe ihn nicht gehört ich hatte das wurde allererstes in meiner gold kette einen knoten ich habe in meiner gold kette einen knoten wie kriege ich den wieder raus jonas es gibt welche kommentare denn ach so ja gut könnte theoretisch mal machen wir können sie jetzt machen okay geht los kann ich irgendwie schwarzbild kann ich irgendwie Katzen einblenden oder sowas ich mach Werbung warte mal Prozent und Tucki Julien gut schicken wo Prozent die Kliniken ja für die die gibt es konnte mal auf die Städte wird wirklich mehr zu schütteln gut ein bisschen Lärmung in Monat ist schön ich habe euch mal zu viel das ist nicht korrekt aus Prozent Prozent ein 7.000 gleich und das ganze Lied die gelitten das ist doch dieses Mensch lass mich doch einmal hier kurz mal noch rankommen ab dem Karton wie wenig weil man so viel wie ich ihn in drei Jahren verdiene an meinem Klopo machen und so sieht das Endprodukt aus wenn sich alle deutschen Bronostars zusammentun würden Reaction incoming so was machen wir dann auf was reagieren wird dann also der Beat ist schon nice der Körper ist nicht mal so ein Stück Brot wert der arme Eracht so auf was reagieren wir denn der Euro gut ich ich habe das Kopie Lutzstein das Lied ist irgendwie eklig ich wollte Lass uns mal auf was anderes reagieren Warte mal auf was reagieren mit dem Mal Megaschlecht Warte mal was gab's denn mal was gab's denn mal was gerade so in der Trends ist was ist denn das Janni und laurie laurel Jonas mir reagieren jetzt mal auf das Lani Janni und laurie oder laurel Janni und laurel also was ist das ist das möchte ich jetzt wissen sag mal an und dann schick mal ein Ding ja ich muss da eh grad was suchen es ist soweit so heißt mein neuer Song Janni oder laurel so oft mach ich mir selbst Janni und laurel ich hab keine Ahnung Hi Leute ich bin gerade nackt und ich muss ich bin wir bewerten Spänze was 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 sind so in die Trends also auf was man reagieren kann du ich guck mal in die Trends hier Trends Petro Lombardi Jenny versus laurie meinst du das ja das das Janni oder laurie keine Ahnung was das ist noch hä Fürst was warte mal wir machen das jetzt mal erst immer immer anhalten wenn irgendeine Schrift kommt und Fürst was was Tres Gold ob es war als erstes guckst du grad alles wir wissen wir werden ja es ist Köln oder braun es war ein hä das war als erstes Kacke Kacke übersetzt Videospieltitel das kann man auch mal gucken die erste oder zweite das zweite habe ich schon gesehen was war es erst dann gucken das mit diesen Ormeo von der Trocken so da wollen wir noch mal das mit dem Tötungszenario Tom Brider Grabräuber ProSieben News Time ich glaube da können wir zu Gott glaube ich da kann ich sogar glaube ich auf dem PC drauf reagieren Warte mal ProSieben Bericht über Fortnite Fortnite ist zu brutal Fortnite der Spaß am Abknallt überleben zumindest online Ganz große Textkunst Ach man ich glaube man findet den Ich glaube man findet den Haben sie schon mal was von dem Spiel Fortnite Äh Taff Taff hat auch hier Dings da Taff Könnt man gucken Theoretisch Weil dritten der Fortnite Beitrag der Welt Was Warte mal kurz ich schick dir mal kurz was Derzeit im Überlebenskampf Nur wer andere abknallt überlebt Zumindest online Das Computerspiel Fortnite Battle Royale Ist der Renner auf deutschen Schulhöfen Weltweit gibt es mehr als Hä wo hast du's gefunden Hä wie heißt das Wo hast du's gefunden Umstritten nur Fortnite Beitrag der Welt ProSieben News Time Umstritt Gibt einfach Gibt einfach ProSieben News Time 1 allererste Was wirklich? Ja Was ist das? Ich mach grad schon Jo ist wirklich Doch die Online Variante Hat es jetzt nicht Hä? Da reagiert doch auch jemand drauf Grillen wird jetzt zum echten Genuss Der Vorgänger des Spiels ist seit zwölf Jahren In zwei leckerwitzigen Sorten In zwei leckerwitzigen Sorten He 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 Bei mir ist das was wo ähm Reaktiert wird drauf Hä echt? Hm? Das kommt aber bei mir nicht als erstes Bei mir kommt wieder Na dann gib mal ein umstrittener Fortnite Beitrag Wo denn im Im Internet oder auf YouTube? Auf YouTube Ach du hast wo bei Internet gehört? Mehr Fortnite Beitrag ProSieben Ah hier doch Hab ne Aber der geht doch nur eine Minute Ja Anderes Thema Millionen Jugendliche üben sich derzeit im Überlebenskampf Nur wer andere abknallt überlebt Zumindest online Das Computerspiel Fortnite Battle Royale ist der Renner auf deutschen Schulhöfen Weltweit gibt es mehr als 20 Millionen Nutzer Der Vorgänger des Spiels ist ab zwölf Jahren freigegeben Doch die Online Variante hat es in sich Jugendschützer sind alarmiert Ja Dass die Jugend im Sturm erobert Allein zwei Millionen Spieler sind in den letzten zwei Wochen Worte, worte, jetzt kommt's gleich Paul Willmann der Richtung Das ist geil, weil da einfach mal andere Kinder, andere Altersgruppen auch mal spielen können Weil das ist ja eine etwas kindlicher gehaltene Graf Direkt nach dem Absprung beginnt der Überlebenskampf Das ist eine Herausforderung und es macht schon Spaß Spaß am Tötungsszenario 100 Spieler, jeder gegen jeden, bis einer übrig bleibt Fortnite Battle Royale als wildes Gemetzel, das die Jugend im Sturm erobert Allein zwei Millionen Spieler sind in den letzten zwei Wochen weltweit dazugekommen Für mich ist das einfach geil, weil da einfach mal andere Kinder, andere Altersgruppen auch mal spielen können Weil das ja eine etwas kindlicher gehaltene Grafik ist Gegeneinander kämpfen und nur einer überlebt Das ist schon eine gewisse Herausforderung und es macht schon Spaß Spaß am Tötungsszenario, das vielen Eltern Sorgen bereitet Die Grundversion ist ab zwölf Jahren Und im Handel zu kaufen, der wesentlich brutalere Online Ableger aber kann frei online gespielt Der brutalere Online Ableger Das ist einfach ein Bericht, da denkt man sich, die haben sich da hingesetzt Haben irgendwas von, haben was von dem Spiel gehört, das heißt Fortnite Und, ja, haben sich einfach alles dazu gedichtet, der wesentlich brutalere Online Ableger Das ist komplett das gleiche Spiel ...Gegendschützer schlagen Alarm Weil letztendlich richtet sich der Gewaltkraft bei Battle Royale Eben an diesem Original-Fortnite-Spiel, was ja eine USK-Einschätzung ab zwölf Jahren bekommen hat Das Ganze ist cartoonartig, comichaft inszeniert Allerdings ist es hier die Spielmechanik, die da in den Vordergrund tritt Also dieses, ich habe Stress und ich muss gewinnen und ich bin vielleicht der Letzte, der gewinnt Über das geprüfte Basis-Spiel werden viele Kinder und Jugendliche zur heftigen Online-Variante gelockt Ohne Alterskontrolle wie... Ja? Warte mal Ich guck wieder Oleg an hier Ja, der Typ Im Ladenverkauf Im Internet ist das nicht der Fall Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, weil das Internet ist global, zeiträumlich, nicht getrennt Und nationale Gesetze sind hier auch schwer umzusetzen Heißt? Was? Ich guck jetzt hier, Try-Lights, best of driving Der Jugendschutz ist hier Sache der Eltern Sperrsoftware und offene Gespräche können helfen In wenigen Tagen kann das Spiel auch kostenlos auf Smartphones gespielt werden Millionen Jugendliche haben sich schon jetzt dafür angemeldet Wir müssen uns mal was suchen, was wir jetzt erstmal zusammen angucken können Ja, das mit Try-Max hier Na, ich weiß nicht Kann ich das? Darf ich das? Wie darf ich das? Darf man das? Ich weiß es nicht Ich muss ja auf YouTube laden Nee, mach jetzt mal nicht Hier, best of vor einen Tag hochgeladen Besten pro... Pro... Oder nee, lass mal Hier Try-Mix Karriere Leon, wenn du noch da wirst, sag mal was mir angucken sollen Und drauf reagiert Try-Mix reagiert auf sein best of Oh, acht Minuten noch zu ihm Ich hab' einen dislike Auf Video Stream Worte mal, dass Sören hat mir eine FA geschickt Bei Discord? Woll die annehmen Jetzt rösten Ich hab' einen Sprachanruf von dem, wo passt Kann ich eigentlich in den Server immer drin bleiben? Ups, die vielleicht will ich aber mein Mikro... Entschuldigen Was? Kann ich eigentlich immer in den Server drin bleiben? Welchen? Den Boss oder wieder her? Nee, Store-Stone-Talk Was sind das für Scheiße, ne? Was ist das für Grund zu tun? Geil, eine Ahnung, frag mich nicht So, jetzt geht weiter mit Best of Try-Mix hier Nimm mal gucken was anderes Guck mal dann Hm... Oh, hier ist Try-Mix Dann noch muss denn Sniper-Kills machen Mann, was sie grad zu einem Trend Moment Nein! What? Erstmal stumm scheinen Der hat noch ordentlich Schild Der hat noch ordentlich Leben Der geht mir grad auf den Sack Heheheh Heheheh Beitrag erstellen Ich... 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 stream grad Heheheh Weil ich nur was mir gesagt haben Alle wieder aufgeben Was hab ich denn hier? Was hab ich denn hier? Beliebte Kanäle Bild Fußball Ich hab noch... ich war da noch nie auf dem... Team Evil Was ist das für ne Scheiße, Alter? Kanäle? Was stell ich denn für Kanäle? Das stellt keinen Kanäle vor Gut Beliebte Kanäle Hä? Ahja, stimmt Vor einem Tag streamen Das kann wirklich sein Und vor einem Tag... hä? Stimmt hab ich ja mal aus Versehen abgebrochen Das wird ruhig sein Aber vielleicht auch noch was Ich... 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 Das müssen wir uns zusammen Tja... 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 Ich sag nichts So was gucken wir denn jetzt an Tja... ich sehe einfach weiß so jetzt sieht man jeder wie verpackt ob es ist weg weg habe ich gesagt und ich kann schon wieder nicht mehr anklicken ich muss dann schon wieder eine pc schließen das ist eine scheiße hier wo wir es ist so eine verpackte kacke alter programm schließen ja das nimmt sich das hier auf geh weg kann ich nicht ich kann es nicht mehr anklicken also wartet mal jetzt seht ihr klar wie verpackt ob es ist alter es geht einfach nicht drüber zu ich kann es nicht mehr weg machen entfernen ja nein also was ist denn das hinzufügen bildschirmaufnahme ok ok boah ist es so verpackt guck mal da und ich kann damit nichts machen ich kann es nicht mehr bei entfernen wir machen das mal hier kleid spielaufnahme spielaufnahme 3 fenster aufpassen wort man hätte muss die du überhaupt nichts mehr nachher gut okay 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 ja wo wir es ist 0 verpackt ja hier ganz gut reagiert machen wir denn der kanal ist auf jeden fall gut kann ich nur empfehlen ich muss mal belegen was reagieren wir denn mal was ist das reagieren mit dem mal kann ich die fortnight fails machen das das moment ist das gleiche der kanal irgendwo ja hier daily fortnight so wir gucken jetzt ja jonas mach mal daily fortnight die neueste folge ja dann direkt lieber daily fortnight also das ist halt wieder besser warte und dann die neueste episode und wenn du drauf geklickt hast direkt stoppen habe ich auch gemacht da wird mir zusammen fortnight battle royale ich habe einfach hier das neueste genommen episode 394 ja genau an machen und direkt stoppen ach so ok wurde ich habe gestoppt gut 3 aber erstmal wort man auf wort man auf 1 wir haben jetzt noch ach so eine Minute na gut 3 6 alles mal macht im ok st 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 die 2 4 4 ich muss noch schnell hier oben kaufen kaufen ich muss schnell aufladen ich muss schnell aufladen genau 8 7 nein ich musste noch schnell kaufen kaufen komm schon auf erben bestellung wird geladen pay safe schnell den 30 ständigen Kurt eingeben hat warte also was ist denn das für ein ding hat doch ach so der ist ja venturion hat hat dazu eine breite schulter irgendwie ich weiß klein klein keine ahnung hier der bandit der ist einmal wieder im shop scheiß schmarchel oder das ist schon das zweite mal wieder ich weiß gar nicht ob ich mir den heute kauf also ich könnte theoretisch heute kaufen entweder wackeln oder sauber was sagst du wackeln oder sauber ja ich weiß gar nicht die sind beide geil sauber ist halt hier von snoop dogg ok los youtube bist du bereit ich warte auf so ein richtig ey ey ja ok 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 so ein win möchte ich aber haben das passiert es ist es ist es ist es ist es ist es ist alle selten alles Drei Helden! What? What? Alter! I said it, he takes a solo against Thanos. What? Can I have a chug chug? Please. Thank you. Oh! I just got one! Bro. South Africans actually do have luck. Er wird jetzt locker easy irgendwie geholt. Yo! Alter! What? The actual fuckadree? Mach ich aber einfach mal. You don't want HP! This is bullshit, bro. You don't want HP. Muss halt mal treffen! Ja, du den eigentlich nicht, Sarah. Der du den einfach nur hauen. Dann schwule ich Auf sonnet. Okay, du den einfach mal. I'm on high. I'm on top of you, bro. Come on... You're slow, bro. Hurry up. Hurry up, dude. I'm shooting you, you're dying, bro. oh shit yo dude oh shit oh shit yo dude what I shot us down 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 did you think I would push him because I thought he was healing or something? I didn't know that I would just fall for a year I got it die fack hatte ich oi ja die fack hatte ich wirklich den kennt man den hat sich gefühlt jeder schon da ist der Mann näher stopp wo 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 weiß ich gar nicht ich glaub der wird wohl ein HP gleich haben ja hey der kann der Typ ist da unten drin der ja pf hat er ganz lässig gemacht alter also ganz lässig gemacht ja ja rocket was was das könnten wir sein oder ne flash factory waren wir nicht xbox kann ja nicht sein xbox kann ja nicht sein xbox schien schien ich mach gleich stream schluss hier vielleicht kommen wir da noch zu leeren und gratuliert ja also da kommt heute noch schien 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 wenn es genau wissen ist wie kommt du denn ich bin ich bin auch ersten level gestiegen und du asch oder was das ist geht gar nicht ich bin viel weiter level unter dir ich bin doch viel mehr level unter dir und ich steig um ein level an einen abend und du um ich bin ich bin gerade gerade ich bin gerade zu level abgekommen ich bin heute gerade so ein level abgekommen und du du bist sehr schwer sagt alles jetzt gewinne ich verstehe es einfach nicht das ist einfach kopfkratzen bei mir jetzt gewinnen ich habe heute ganzen tag fast zusammengezockt und du bist zwei level aufgestiegen ich ein und und ich bin einfach über zehn der übrig ich glaube 20 genau und vielmehr ich bin jetzt auf deinem ich hab's nicht geschafft danke ja sag ich doch er hat nur irgendwie zu viel geld und fragt sich wo es hinschmeißen soll hast du schon sturmgewehr vom fenster ich habe mir gerade ich habe gerade noch so gesehen da wurde ja geile runde macht ihr das macht ihr gutes wort zwei die haben gezaubert ich finde eigentlich zu gut hat schon was aber das muss man aber erst mal sehen ich sehe es nicht ist er noch von den guten dürfte es geht nicht so richtig das sieht irgendwie nicht so aus ja nackt trifft glaube ich ziemlich gut guck mal hier wieder überhaupt nicht da aber mal kurz nehmt angeschmissen mal ganz kurz habe da nehmt angeschmissen ich bin ich bin so lange zu gut wird stream geht über vier stunden wird locker oder wann habe ich die angefangen so gegen 22 uhr kurz vor 22 uhr spät haben muss denn ja vier stunden und das ging kann man noch angucken was ist so ein fisch gehabt jetzt war es noch der wunderte den einfach das sind alles die typen also ist es die wurden jeden die sache das ist das was ist das alter einfach alle wollen jetzt geht nur so was auf dem pc da sind sie gar nicht so dass du jeden neuen jeden skin der an den tag rauskommt siehst du mindestens sag mal so 20 mal eine runde 20 mal in einer runde so ungefähr wie es ist ja ich guck dir mal zugucken ja gut weil du heute geburtstark hast so ein scheiß das ist ein no skiller uuuhhhhhh wir bewerten den Typen ein bissl oder? wie das so spielt so eine Pause das kommt nicht mal so bad Black Sky die Zone überhaupt nicht mal der erste Zone hier guck jetzt kämpfen sie wir machen die Arbeit wirklich hä? oder sortieren die? aber so lange braucht niemand zum sortieren hä? hä? was machen die? wenn jetzt einfach jemand von hinten snipet ne? alle tut jetzt checkt der das da ach war ich dort vorne welche sind oder was? ich hab keine Ahnung ach so deswegen mit widerlegen das die das ist ein wie Buckskinn Junge der das die ich hätte die blockbar passen es blockbar so muss richtig krank ausgehen kommen finde ich eigentlich schon also muss ja sieben wochen finischen also alle beenden ja die 7 Uhr nicht alle eigentlich wie ich er für die Zeit kriegt man den Weg direkt oder muss man noch warten ich weiß es nicht kann ich denn nicht sagen ich hoffe man kriegt den ich denke aber ja eigentlich schulden das das ich ich guckst du zu dem Ende ich gucke den zu dem du kannst du kann den namen noch nicht sehen ich weiß auch nicht was es ist black sky xx ist das eine score gewesen ist das eine score was ist das eine score noch haben sich welche hingebaut und die haben die score übersehen die die keine Ahnung Peter Pindy noch össer so nur ich nicht nur ich mal gern so ein scheiß na gut hat man besucht geklärt ok spiel ok Beide Weide Hä? Komm hier nicht mal rein ich bin nicht auf rausgegangen ich bin nicht auf rausgegangen ich habe nichts gedrückt ich bin einfach nur rausgeflogen schauehr schauehr und ich habe keine Ahnung ich auch schön Geburtstag die Art die Kommentare im Ort in dem Weg in der Nähe ich bin ich habe auch eliminiert zehn Gegner okay das war schön Geburtstag noch schöne gute Nacht 20 Kills war ganz schnell ganz easy noch mal Tanz auf dich geht noch ihr wollt noch was sagen man Mist ja Leute ich bin es verbaut Vielen Dank.